Meinung A Ich glaube fest daran, dass Musik unsere Emotionen und Gehirnwellen beeinflusst. Wenn ich traurig bin und ich höre ein fröhliches Lied, fühle ich mich sofort besser. Außerdem hilft mir Musik, mich zu konzentrieren und meine Gedächtnisfunktionen zu verbessern. Ich kann mir Informationen besser merken, wenn ich sie mit Musik verbinde. Julia Schneider, 28 Jahre, Psychologin Meinung B Ich bin skeptisch, ob Musik tatsächlich unsere Emotionen und Gehirnwellen beeinflusst. Sicher, Musik kann uns in Stimmung bringen, aber ich bezweifle, dass sie unsere Gedächtnisfunktionen oder Heilungsprozesse beeinflusst. Ich denke, dass das mehr mit dem Placebo-Effekt zu tun hat. Thomas Müller, 35 Jahre, Arzt Beispiel Person A Hallo Thomas, ich habe kürzlich einen interessanten Artikel über die Auswirkungen von Musik auf unsere Emotionen und Gehirnwellen gelesen. Es wurde sogar behauptet, dass Musik unsere Heilungsprozesse beeinflussen kann. Was denkst du darüber? Person B Hallo Julia, das klingt interessant, aber ich bin etwas skeptisch. Sicher, Musik kann unsere Stimmung beeinflussen, aber ich bezweifle, dass sie tatsächlich unsere Gedächtnisfunktionen oder Heilungsprozesse beeinflusst. Person A Ich verstehe deinen Skeptizismus, Thomas, aber ich habe selbst erlebt, wie Musik meine Emotionen beeinflusst hat. Wenn ich traurig bin und ich höre ein fröhliches Lied, fühle ich mich sofort besser. Person B Das ist interessant, Julia, aber könnten diese Gefühle nicht einfach auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass du die Musik magst, und nicht auf eine tatsächliche Veränderung deiner Gehirnwellen? Person A Das könnte sein, Thomas, aber ich habe auch festgestellt, dass Musik mir hilft, mich zu konzentrieren und meine Gedächtnisfunktionen zu verbessern. Ich kann mir Informationen besser merken, wenn ich sie mit Musik verbinde. Person B Das ist ein interessanter Punkt, Julia, aber ich denke, wir brauchen mehr wissenschaftliche Forschung, um diese Behauptungen zu stützen. Person A Da stimme ich dir zu, Thomas. Es wäre interessant, mehr über die Wirkung von Musik auf unser Gehirn zu erfahren.